Manche Phänomene sind schwer zu erklären. Diese Geschichte begann im Jahr 2009, als die NASA die Kepler-Mission zur Suche nach Exoplaneten, also Planeten außerhalb des Sonnensystems, startete. Der Satellit untersuchte insbesondere eine Region am Himmel in den Sternbildern Schwan und Leia unserer Galaxie. Dieses Gebiet ist mit kleinen Vierecken markiert. Der Satellit registrierte vier Jahre lang die Leuchtkraft von über 150.000 Sternen und zeichnete die Daten alle 30 Minuten auf. Aber wie hat er überhaupt nach Planeten gesucht? Er suchte nach dem Moment, in dem ein Planet zwischen dem Teleskop und dem Stern vorbeifliegt, was zu einer Abnahme der Leuchtkraft des Sterns führt, da ein kleiner Teil des Sternenlichts blockiert wird. Was Sie hier in der Grafik sehen, ist ein Rückgang der Stern-Leuchtkraft. Diese Forschungsmethode nennt man die Transitmethode. Doch bei der Suche nach Exoplaneten stießen die Forscher auf eines der seltsamsten Rätsel unseres Universums. Lassen Sie mich erklären, worum es geht. Um dies zu verdeutlichen, zeige ich Ihnen, wie ein gewöhnliches Diagramm der Leuchtkraft eines Sterns aussieht, wenn ein Planet mit der Transitmethode entdeckt wird. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Es gibt keine Planeten, die seine Größe deutlich übertreffen. Ein Planet von der Größe des Jupiters verringert die Sternhelligkeit um etwa 1%. Wenn es sich um die Erde handelt, deren Radius 11 mal kleiner ist als der des Jupiters, ist ihr Signal in dem Diagramm kaum zu erkennen. Kommen wir nun zurück zu unserem Rätsel. Eine Gruppe von Forschern und Liebhabern untersuchte die Daten des Kepler-Teleskops und suchte nach neuen Mustern, bis sie auf das hier stießen. Es gab ein seltsames Signal, das von einem Stern namens KIC 8462852 ausging, der 1480 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Im März 2011 sank die Leuchtkraft des Sterns um bis zu 15% zur Erinnerung. Selbst die größten Planeten verursachen einen Rückgang der Sternleuchtkraft um 1%. Normalerweise dauern Transite ein paar Stunden, aber in diesem Fall dauerte er eine Woche. Und dann kehrte die Helligkeit innerhalb weniger Tage auf den Normalwert zurück. Außerdem war das Signal asymmetrisch, was bedeutet, dass das Objekt, das das Licht des Sterns blockiert, nicht rund wie ein normaler Planet war. Das heißt, es ist alles andere als ein normaler Planetentransit. Dann passierte nicht mehr viel. Bis Februar 2013. Dann begann der wahre Wahnsinn. Das Tabis-Sternphänomen. Bitte abonniere unseren Kanal und drücke den Like-Button. Wie ich bereits erwähnte, traten mehrere Einbrüche in der Lichtkurve auf, die 100 Tage lang andauerten. Außerdem waren sie alle unregelmäßig und unvorhersehbar. Hier sehen Sie einige Beispiele von Lichtkurven in verschiedenen Zeiträumen. Man kann leicht erkennen, wie stark diese Kurven schwanken. Sie haben verschiedene unregelmäßige Formen, die sich nicht ähneln und auch die Dauer ist unterschiedlich. An einer Stelle ist die Leuchtkraft des Sterns um bis zu 20 Prozent gesunken. Dies deutet darauf hin, dass das Objekt, das das Licht blockierte, einfach gigantisch war. Seine Fläche müsste zum Beispiel tausendmal größer sein als die der Erde. Die Forscher mussten herausfinden, was mit diesem Stern los war und sein Verhalten erklären. Der Stern wurde schließlich Tabis-Stern genannt. Nach Tabeta S. Bujajian, der leitenden Studienautorin, die über die Entdeckung berichtete. Bei jungen Sternen, die noch keine protoplanetare Scheibe aus Glas und Staub haben, kann ein deutlicher Rückgang der Leuchtkraft beobachtet werden. Diese Scheibe kann das Licht blockieren, aber Tabis Stern scheint nicht jung zu sein. Die zweite Hypothese führte diesen Leuchtkraftverlust auf eine große Anzahl von Kometen zurück. Das Problem bei dieser Version ist jedoch, dass es ziemlich viele Kometen geben muss, vielleicht tausend. Vielleicht sogar zehntausende von Kometen, um einen solchen Effekt zu erzielen. Laut der in Urbana Champagne im Jahr 2016 veröffentlichten Studie von Mohamed Shaikh, Richard Weaver und Karin Dahmen von der University of Illinois, bringen die Lawinenstatistiken der mysteriösen Schwankungen in der Leuchtkraft des Sterns mit Sternenprozessen zusammen, die innerhalb des Sterns selbst stattfinden und nicht mit Objekten, die ihn umkreisen. Das Phänomen sei darauf zurückzuführen, dass sich der Stern dem kritischen Punkt eines magnetischen Übergangs nähere. Um die Sache noch komplizierter zu machen, hat Bradley Schaefer in seiner Studie eine neue Entdeckung mitgeteilt, die zeigt, dass der Stern zusätzlich zu den kurzfristigen Schwankungen eine Dutzende von Jahren andauernde Finsternis aufwies. Ein derartiger progressiver Abfall der Sternleuchtkraft ist höchst ungewöhnlich und lässt sich nur schwer mit Modellen vereinbaren, die interne Sternprozesse umfassen. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Als Dr. Tabeta Boyajian einen Artikel über das ungewöhnliche Funkeln des Sterns schrieb, erfuhr sie, dass ihr Kollege Jason Wright behauptete, das Kepler-Teleskop sei so genau, dass es hypothetisch riesige außerirdische Megastrukturen um die Sterne herum entdecken könnte. Aber wie würden diese Megastrukturen aussehen? Wenn eine Zivilisation mit einer Rate von 1% pro Jahr wächst, dauert es nur etwa 3000 Jahre, bis sie 10 hoch 12 Mal gewachsen ist. Stellen Sie sich eine Zivilisation vor, die so groß geworden ist, dass sie alle Energie und Ressourcen ihres Planeten verbraucht hat und die nächste Energiequelle ein lokaler Stern ist wie unsere Sonne. Diese Zivilisation könnte riesige Strukturen wie zum Beispiel riesige Solarpaneele bauen, die den Stern wie eine Kugel umgeben und seine Energie auffangen. Die gesamte gewonnene Lichtenergie würde in eine andere Form umgewandelt, zum Beispiel in elektrische Energie und dann entweder irgendwohin übertragen, zum Beispiel mit Hilfe von Laser oder Radiowellen oder vor Ort genutzt. Dies nennt man die Dyson-Sphäre. Eine Zivilisation, die die von ihrem eigenen Stern abgestrahlte Energie nutzen kann, gehört nach der Kaderschef-Skala zum zweiten Zivilisationstyp. Dies ist eine Methode zur Messung des technischen Fortschritts einer Zivilisation, auf der Grundlage der Energiemenge, die sie verwenden kann. Die schiere Größe dieser Strukturen muss mehr als gigantisch sein. Die Entfernung von der Erde zum Mond beträgt 385.000 Kilometer. Und die Größe des einfachsten Elements dieser Kugel wäre etwa 100 Mal größer. Wenn wir außerdem davon ausgehen, dass diese Struktur von der Sonne auf bis zu 1000 Kelvin erhitzt wird, dann beträgt der Radius dieser Struktur etwa 23 Millionen Kilometer, was innerhalb der Umlaufbahn des Merkurs liegt. Ibrahim Semis und Salim Ogur haben in ihrer Studie mit dem Titel Dyson Sphere Around White Dwarfs den Radius für verschiedene Arten weißer Zwerge berechnet. Die Ergebnisse liegen zwischen 2 und 5 Millionen Kilometern und die Menge an Materie, die benötigt wird, um solche Sphären mit einer 1 Meter dicken Struktur zu erzeugen, entspricht etwa der Größe eines Mondes. Wenn sich diese Strukturen also um den Stern bewegen, können sie sein Licht blockieren. Dies könnte die Abweichung in Daten erklären, die sich in abrupten und anormalen Rückgängen in der Leuchtkraft von Tabis Stern zeigen. Aber auch diese Theorie hat eine Reihe von Vorbehalten. Selbst riesige außerirdische Strukturen sollten den physikalischen Gesetzen folgen. Sie müssten eine enorme Wärmemenge erzeugen. Aber das ist weit von dem entfernt, was Astronomen tatsächlich beobachten. Eine Studie von 2017 machte diese Version noch weniger glaubwürdig. Wie kommt das? Ein großes Objekt wie eine Dyson Sphäre muss das Licht bei allen Wellenlängen gleichzeitig blockieren. Die Forscher fanden heraus, dass das Infrarotlicht des Sterns weniger stark gedämpft wird als sein UV-Licht. Jedes Objekt, das größer als Staubpartikel ist, wird alle Lichtwellenlängen gleichermaßen dämpfen, wenn es vor Tabis Stern vorbeizieht. Dies bedeutet, dass die des Licht blockierenden Objekte nicht größer als ein paar Mikrometer im Durchmesser sein können. Daher wurde die Hypothese aufgestellt, dass es sich um eine Staubwolke handelt. Damit ist die Theorie einer außerirdischen Megastruktur so gut wie ausgeschlossen, da sie die wellenlängenabhängige Verdunkelung nicht erklären kann. Sagt Huan Meng von der University of Arizona in Tucson, der leitende Autor der Studie. Wir vermuten stattdessen eine Staubwolke, die den Stern mit einer Umlaufzeit von etwa 700 Tagen umkreis, fügte er hinzu. Dies wirft jedoch eine weitere Frage auf. Woher kommt all dieser Staub, der einen so alten Stern umgibt? Im Jahr 2019 schlug eine Studie unter der Leitung von Miguel Martinez eine Erklärung vor. Demnach könnte es sich um einen bröckelnden Eismond handeln. Die lichtblockierende Substanz hat wahrscheinlich eine unregelmäßige Umlaufbahn. Berechnungen zeigen, dass das folgende Szenario möglich ist. Ein großer Planet mit Eissatelliten wird aufgrund der Gravitationswechselwirkung mit einem anderen Stern aus der Umlaufbahn gerissen. Infolgedessen kollidieren der Planet und seine Satelliten mit dem Stern und brechen zusammen. Berechnungen zufolge kann in 10% der Fälle einer der Satelliten intakt bleiben und eine verlängerte Umlaufbahn einnehmen. Über Millionen von Jahren würde dieser Mond unter dem Einfluss der Sternstrahlung allmählich zusammenbrechen und eine Staubwolke ausstoßen, die das Licht blockieren könnte. Das Hauptargument für diese Hypothese ist, dass das Licht durch kleine Partikel blockiert werden muss. Anfang 2021 wiesen Logan Pierce und seine Kollegen aus den USA und dem Vereinigten Königreich in ihrer Studie nach, dass es sich bei dem mysteriöserweise schwächer werdenden Stern in Wirklichkeit um ein Doppelsternsystem handelt, das aus einem Hauptreihenstern vom Typ F und einem kleineren roten Zwerg besteht. Sie fanden heraus, dass der Hauptstern und sein Begleiter ein gewöhnliches Eigenbewegungspaar und ein gravitativ gebundenes Doppelsternsystem sind. Ein Objekt auf einer kreisförmigen frontalen Umlaufbahn im derzeitigen Abstand von 880 AE und einer Gesamtmasse des Systems von 1,9 Sonnenmassen, hätte eine Geschwindigkeit von 1,4 Kilometer pro Sekunde und eine Periode von 18.600 Jahren, schreiben Sie. Logan Pierce argumentiert, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Begleiter derzeit die Lichtkurve des Hauptsterns beeinflusst. Aber das große Doppelsternsystem könnte wahrscheinlich ein Teil des Rätsels sein. Nach allem, was wir wissen, wird uns Tabbys Stern noch lange Zeit als eines der geheimnisvollsten Objekte im Universum faszinieren. Schreiben Sie in den Kommentaren unten, welche Theorie Ihnen am plausibelsten erscheint. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und drücken Sie auf Like-Button, damit wir sehen, wie viele Weltraumliebhaber es gibt.